Willkommen zurück, Leute, zu The Walking Dead. Michon, ein paar Sekündchen zurückgespult, geht es jetzt weiter hier im Gespräch. Was ist dir wichtig? Man kann nicht alle beschnitten kämpfen, bis man stirbt. Meine Eltern hatten mich, aber sie seht nie, dass sie mich umgehen wollen. Sam, doch, sie... sie hat es immer gemacht. Ich hasse ihre Guts, als ich sie erst kennengelernt habe. Sie hat mich immer aufgenommen. Ich dachte, sie war ein schwerer Scheiß. Nichts wusste sie, dass ich auch ein schwerer Scheiß war. Tja, wenn das so wichtig ist, wer jetzt hier am trafesten ist. Tja, finde ich gut. Wird Zeit. Lass mal reden. Kann die taffe Freundin bei der taffen Freundin bleiben. Tja. Do you have children? Nein, tue ich nicht. Zwei Töchter, das geht dich nichts an. A daughter? Ich weiß, zwei kleine Mädchen. Es dauert sie. Mein Beileid, ich habe gehört, dass sie sich umgebracht hat. Sie haben nichts von ihr erzählt. Sie haben nichts von uns zu beschäftigen, aber die Vergangenheit, es scheint immer zu finden. Seit Sofía, habe ich versucht, unsere Familie zu verabschieden. Aber wir fallen, ein Stück nach Stück. Und jetzt, dass Sam's hurt, und Greg's... Ich kann wirklich nutzen Ihre Hilfe. Ihr Freund, Pete, hat mir alles über Norma erzählt. Du hilfst mir, und ich helfe dir. Ich werde tun, was ich kann. Es tut mir leid, aber unsere Crew ist noch draußen. Sam sagte, du kannst mir helfen. Wenn du das machst, dann gebe ich euch eine Hand. Alles, was du brauchst. Nein, er ruht in Frieden. Wir mussten sein Gehirn zerstören. Waren da nicht voll die Streuner davor? Die Walker? Die waren doch da alle noch vom Zaun und wollten rein. Sind die jetzt einfach alle weggegangen? Ja, dann halluziniert man im Michons Fall. Ich muss stark bleiben. Rede nicht über meine Kinder. Es gäbe keinen Grund zu leben. Wie fühlst du dich? Deine Kinder brauchen dich, um stark zu bleiben. Du bist richtig. Ich bin alles, was sie haben. Oh mein Gott! Nein! Fuck! Fuck! Ich fasse es nicht. Er sagt noch grad, er muss stark für seine Kinder bleiben. Bam! Scheiße! Damit habe ich ja jetzt nicht so extrem gerechnet. Boah ey! Solche Arschlöcher! Was macht mich schon jetzt so? Wir brauchen irgendwie... Okay. Mach ich jetzt! Oh, oh, oh! Guck weg! Ich nehme den neben dem Garten. Ich nehme den neben dem Garten. Was ist das? Überlebt der? Was? Was? Überlebt der? Oho! 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 Owoh! Oho! Oho! Krass. Nein. Schnell mich schon. Oh oh. Komm, drei gegen ein, das muss doch irgendwie klappen. Schnell, schnell, schnell. Wie schon werde ich. Ah. Boah, ich glaube, er hat ihre Schulter ausgekugelt. Oder? Boah. Ja. Ich drehe, ich kurbel. Aber irgendwie passiert nichts. Achso. Sollte gar nicht kurbeln. Oh, jetzt sind sie aber auch hardcore zu ihm, ey. Einfach mal selber sich die Schulter wieder eingerenkt. So, jetzt ist er fällig. Aber der ist sowas von K.O. Mach es nicht noch schwerer. Ich stelle die Fragen. Dreh den Straubschuh enger. Wo ist Peets Boot? Wie hast du uns gefunden? Weiß nochmal, dass wir hier sind. An, ans Funkgerät gehen. Ich schalte das Funkgerät aus. Randall soll sich besser melden. Ähm. Pass auf, was du sagst. Sag ihr, dass alles in Ordnung ist. Pfeift deine Schwester zurück. Ich wette, er macht's nicht. Du hast genug gesagt. Schlage Randall. Dreh den Straubschuhl enger. Ho, ho, ho. Hoffentlich geht das gut. Ja, aber für den Moment. Ja, aber für den Moment. Was ist er denn einer? Ey. Schlage Randall. Dreh den Straubschuhl enger. Boah, ey, er ist doch so ein Arsch. Wie schrecklich für diese Kinder, ey. Furchtbar. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Es tut mir leid, Sam. Randall hat deinen Dad getötet. Randall hat deinen Vater getötet, Sam. Nein. 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 Jane. Baby, hat meinen Vater getötet. Warum ist der Sonne der B***h tot? Auf seinem Niveau lasse ich mich nicht herab. Er wird bald sterben. Er ist ein wertvolles Druckmittel. Schwierig? Nee, eigentlich nicht. Also, ich jetzt persönlich nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ja, jetzt lass mal deine Scheiß-Dromen sein, echt. Oh nein, jetzt muss ich's entscheiden. Dir geht es doch genauso. Da liegst du falsch. Ja, das würde ich gerne tun. Oh ja, Randall, du bist ja so ein kluger, schlauer. Weißt alles besser. Wir können es besser machen. Komm endlich zur Sache. Hä, was, was? Jetzt halluziniert sie wieder. Ganz ungünstiger Zeitpunkt mal wieder. Ich lass den Schraubenschlüssel fallen, aber bestimmt macht es mir jetzt gerade keinen Spaß. Glaubt's mir. Und je mehr er von Kindern spricht, umso mehr erinnere ich mich daran, dass das, ähm... kein vorbildliches Verhalten ist. Ja, das ist die Frage. Wenn tatsächlich irgendwie es unser Begräbnis wäre, dann wäre es auch egal gewesen, wenn wir ihn töten. Dann ist es natürlich die falsche Entscheidung jetzt gewesen. Aber wenn wir eine Chance haben zu leben und sie halt einfach sieht, er ist noch am Leben und wir haben ihn nicht getötet, dann ist es halt genau dieselbe Situation, wie sie andersrum auch war. Ja, da waren die anderen gefangen und konnten nichts machen. Jetzt ist es eben so rum. Ja, nächstes Mal bei The Walking Dead Michonne. Ja, nächstes Mal bei The Walking Dead Michonne. Ja, das war's wieder mit der nächsten Episode 2. Gewehre kein Obdach. Jetzt haben wir sie auch zu Ende gesehen. Sehr, sehr spannend. Sehr cool. Äh, ich gehe davon aus und jetzt im Trailer hat man das ja so ein bisschen gesehen, dass, ähm, ja, eine Vorschau, dass die auf jeden Fall kommen. Na klar kommen die. Natürlich wird Norma kommen mit ihren Leuten und anscheinend wird's auch irgendeinen Geballer wieder geben. Aber was würden die nicht alles tun, wenn die merken würden, Randall wäre tot, ne? Und da man hier immer zwei verschiedene Weisen hat, die man spielen kann, äh, wüsste ich gerne, wie beide Seiten aussehen. Und jetzt habe ich mich entschieden, ihn erstmal leben zu lassen, einfach, um ihn als Druckmittel zu behalten. Und Norma vielleicht auch mal zu zeigen, wie das ist, wenn sie immer welche kidnappt, dass wir das auch können. Okay. Hast du Piet bei dir behalten oder ihn alleine losziehen lassen? Äh, 82% der Spieler behielten Piet bei sich. Das sind ja wirklich sehr wenige, die es nicht entschieden haben. Bist du ans Telefon gegangen oder den Schritten im Flur gefolgt? Du und 73% der Spieler gingen ans Telefon. Das finde ich ja, ähm, spannend, weil, ähm, ich da so echt hin und her gerissen war. Das war nicht, finde ich, eine einfache Entscheidung, weil man sich ja doch fragte, wer ist derjenige im Flur? Und, ähm, wenn man dem jetzt folgt, vielleicht weiß man dann, was mit den Kindern passiert ist. Aber im selben Moment, wieso ich mich fürs Telefon entschieden habe, war einfach, dass ich dachte, Entschuldigung, musst du husten, war einfach, wenn man jetzt nicht ans Telefon geht und im Flur passiert jetzt nichts, also der ist jetzt dann weg, was er ja dann wohl auch war, ähm, dann hört das Telefon auf zu klingen und man weiß gar nicht, wer es war oder man hört vielleicht auf dem AB, wer es war, aber man hat halt nicht mehr die Zeit, aktiv mit der Person zu sprechen. Und ich dachte halt einfach, vielleicht ist da auch jemand am Telefon, der sie jetzt warnen will, der irgendwie sagt, hey, pass auf und jemand, der ihr bekannt ist und sagt, ähm, du darfst nicht irgendwie aus dem Haus gehen oder so, was weiß ich. Und dann dachte ich, ich gehe lieber ans Telefon, weil das ist vielleicht einfach eine Person, die uns auch was Gutes will. Hast du, Paige, erzählt, dass du fast Selbstmord begangen hast? Du und 23 Prozent der Spieler zeigten Sympathie für die Kinder. Also für Kinder kann man ja wohl immer Sympathie zeigen, ist meine Meinung. Die können ja hier in dieser Welt am wenigsten was, die verstehen das alles auch überhaupt nicht. Ähm, allerdings ihr zu erzählen, dass ich, äh, oder mich schon in dem Fall Selbstmord begehen wollte, finde ich, geht sie in dem Augenblick noch nichts an. Wir kennen die überhaupt nicht, ist eine ganz Fremde und ich mag die Paige auch im Moment noch nicht so besonders. Ähm, und kann mit der auch noch nicht so viel anfangen irgendwie. Die wirkt so ein bisschen, ein bisschen leicht selbstgefährlich, aber vielleicht ändert sich das noch in den nächsten Episoden, wie ich sie finde. Aber, äh, wie gesagt, Sympathie für die Kinder zeigen, finde ich irgendwie klar, weil, ähm, die Mutter ist gestorben mit Selbstmord. Und auch noch, was die Kinder zwar nicht wissen, aber wir wussten es jetzt. Und, ähm, dann ist auch noch jetzt der Bruder gestorben, die Schwester ist verletzt und jetzt ist auch noch der Vater tot. Also, ähm, ich glaube, Schlimmeres kann einfach überhaupt nicht passieren. So in einer Familie, die einmal noch eine Familie war, im nächsten Moment sind alle auseinandergerissen und tot. Finde ich also ganz schlimm und das Schlimmste sind natürlich die leidtragenden Kinder. Wie hast du auf den Funkruf von Norma reagiert? Ähm, 59 Prozent der Spieler ließen Randall mit ihr sprechen. Ja, ähm, in dem Fall denke ich mir, ist einfach klar, wenn sie ihn nicht hört, dann kommt sie sofort. In dem Moment, wo sie zumindest hört, ach, Randall, dem geht's gut so. Dann macht sie sich vielleicht Gedanken, wundert sich, dass er nicht redet, aber so, er kann halt gekidnappt sein, aber sagt, es geht ihm gut. Also, da verschafft man sich einfach vielleicht nochmal ein bisschen Zeit und ich hätte vielleicht sogar noch ein bisschen länger dranbleiben können am Telefon. Hab ein bisschen zu früh losgelassen. Fand ich übrigens sehr cool, diese Optionsmöglichkeit, das selber so zu bestimmen, als wäre man wirklich dabei. Aber, ähm, naja, ich hab halt sehr schnell aufgehört, weil ich dachte, bloß nicht zu viel sagen. Hauptsache, er sagt schnell, es geht ihm gut, weil ich halt Angst hatte, dass er vielleicht dann ganz schnell sagt, äh, Norma, ich bin gefangen. Und, ähm, das könnte er locker ganz schnell tun. Und da ist die Katze so schnell aus dem Sack und dann dachte ich, so hat er dann schnell den Satz gesagt und sie wundert sich, Zeit verschafft. Naja, was hast du mit Randall getan? Du und 47% der Spieler zeigten ihm gegenüber Gnade. Ich denke, das ist sehr, ja, man sieht es fast 50-50. Und das nächste Mal würde ich ihn vielleicht sogar töten, um zu sehen, was dann passiert. In dem Fall haben wir ihn, wie gesagt, leben lassen, hab ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, um ihn als Druckmittel zu behalten. Nicht, weil ich ihm, ähm, nicht, weil ich ihm irgendwie gnädig sein will oder so. Ich finde, der verdient gar nichts. Ähm, sondern wirklich einfach, ähm, um die Kinder zu schützen. Ich meine, letztendlich sind die jetzt schon wieder in Gefahr, weil die jetzt da bald ins Haus, da beim Haus kommen und da, äh, Remi Demi machen, Norma und so. Und in dem Fall ist es halt einfach, ähm, weiß ich nicht, was die mit den Kindern machen würden oder auch mit den anderen halt. Michonne selbst halt auch, wenn die wüssten, wir haben Randall getötet. Aber gut, so ist jetzt die Entscheidung gewesen. Bin, äh, gespannt, was als nächstes passiert. Ihr hoffentlich auch und, äh, mal schauen, was als nächstes passiert. Ich bin, äh, mal schauen, was als nächstes passiert. Ich bin, äh, mal schauen, was als nächstes passiert. Ich bin, äh, mal schauen, was als nächstes passiert.